Wie kann man das Fundament-Skin in Fortnite Chapter 3, Chapter 3 bekommen? In Kapitel 3, Season 1, Leute, darum geht es in diesem Video. Wenn ihr es feiert, lasst einen Daumen hoch da, kostet es, aber macht die Glocke an. Zeigt ihr, dass ihr mehr Videos in Fortnite Chapter 3 von mir auf meinem Kanal sehen wollt, dann mache ich das mit einem Däumchen hoch. Würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr Creator Code WurterTV eintragen würdet und euch damit den Battle Pass geben würdet. So Leute, das Fundament, The Foundation, ist einer der beliebtesten Skins in Fortnite Chapter 3. Alle haben darauf gewartet, dass der Skin endlich verfügbar sein wird und darunter steckt niemand anderes als Dwayne The Rock Johnson. Das ist quasi The Foundation, das Fundament in Fortnite, wird gespielt von Dwayne The Rock Johnson. Und ja, jetzt wollte ich natürlich wissen, wie kann man diesen Skin bekommen, wie kann man freischalten. Der Foundation, das Fundament, ja, auf Deutsch, der Fundament, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, das Fundament Skin. Okay, also The Foundation Skin, der Fundament Skin, ist Teil des Battle Passes. Und ihr seht das hier schon quasi, das ist wie mit der Würfelkönigin in Chapter 2, Season 8. Ja, wir können den einfach freischalten, aber wir können nicht sofort freischalten. Ja, wir haben dann Symbole mit einer kleinen Uhr neben dem Skin, neben der Spitzhacke, neben der Lackierung und den ganz anderen Sachen. Das bedeutet, wir können den Skin erst im Verlauf der Season freischalten. Das heißt, es wird das Fundament Herausforderungen, das Fundament Fortnite Challenges in Kapitel 8 geben, ja. Und mit der Würfelkönigin war ich, glaube ich, zwei Monate, bis dann das Event war, ne. Das heißt, es gibt ein Event, da gibt es dann halt das Fundament, The Foundation Challenges, Herausforderungen, die müssen wir machen. Und dann können wir den Skin freischalten, ja. Es wird neben dem Skin noch ein paar andere Stile geben. Das war ja bei der Eis- oder, oh Gott, Würfelkönigin war das diesmal, ne. Eis-König, oder was, das gleiche Königin, König und dann davor irgendwas anderes. Okay, also diesmal, wie gesagt, mit der Würfelkönigin war es ja ähnlich. Also wir hatten dann drei Stile, die wir freischalten können. Ihr werdet den Skin dann halt auch in weiß und noch in anderen Farben freischalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil die mussten ja Dwayne The Rock Johnson jetzt quasi vieles Spiel erstellen, damit er quasi im Fortnite Chapter 2 das Ende, Kapitel 2, das Ende, Live-Event, er war ja drin, ne. Das heißt, quasi dafür mussten sie den erstellen. Das heißt, er ist der Skin mittlerweile erstellt im Spiel. Also gehe ich davon aus, dass wir ihn dann auch quasi als zusätzlichen Stil freischalten können und bekommen werden im Verlauf der Season 1, der neuen Season 1 von Chapter 3. Leute, hoffe, das Video war hilfreich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihn noch hoch, da kostet das Abo. Denkt dran, wenn die neuen Season losgeht, ihr zocken könnt, tragt wieder der Code WurterTV ein, um mich zu supporten, würde mich sehr freuen. Mal gucken, ob die Leute Lust auf mein Content haben, dann mache ich wieder mehr Videos hier auf dem deutschen Kanal. Ansonsten könnt ihr gerne auch auf dem englischen Kanal vorbeischauen. Würde mich sehr freuen und viel Spaß bei euch, Leute. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.